Hallo und Herzlich Willkommen bei ReddogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Ich werde das Spiel mal starten, voll mit rein und da ist es. Okay. Geschenke abholen, abholen und abholen. Hm, da ist noch ein Geschenk. Naja, kein Geschenk, aber eine Truhe, die fällig ist. So, das war's. Hm. Tagesziele. Eins ist aber schon fertig. Was muss ich jetzt noch machen? Hier wieder rein mit Tagesquesten und schauen nach Immobilien. Okay. Wir sollen etwas bauen. Fünfmal. Eins haben wir erst, aber schaue ich sowieso nicht. Oh. Reparatur. Ja. Was hab ich? Ähm, ich sollte was bauen. Wie hab ich das damals gemacht? Uiuiuiui. Ist das schon wieder so lange her? Verwalten, Orten? Nee. Ich geh mal nach außen. Ach, nach außen. Hier ist es. Baustart. Den ja. 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 Forschung. Kampf. Äh, die Kristallfänge. Jetzt hab ich nur 4000 von. Hier auch. Oh, den kann ich machen. Vier Stunden. Gut. Nächste Quest. Und das soll die Forschung. Und die Forschung und Sachen baust. Also das muss 4000 ergeben. Das soll ich wahrscheinlich auch nicht fertig kriegen. Das sind vorbei gerade. Forschung sind vorbei. Leitungsprüfung. Leistungsprüfung. Verbesser ein Offizier. Okay. Also ich muss zwei Offiziere einmal verbessern. Dann schauen wir mal. Den kann ich verbessern. Einmal. Zwei Mal. Quest fertig. Zwei Mal. Quest fertig. Okay. Und weiter gucken. Die haben wir. Zwei Mal. Zwei Mal. Allianz Solidarität. Ich bin in keiner Allianz drinnen. Bauer ja klar. Betreten. Ok, Solidarität, ähm, kommt man hier hin, wo könnte es sein, was ist das? Ach, nur die Nachricht, Hilfe, ok, gehen wir nochmal rein, Hilfe, stehen nur meine beiden Sachen. Hm, schau mal, äh, steht da auch drin, wann die das jetzt mal online waren, sind beide Level 4. Ah, keine Ahnung. Gut, dann gehen wir zur nächsten Quest. Und dann, der Verschbundruhe, einmal habe ich schon gemacht. Dann, 4 Stunden die nächste halt. Feindliche Gehege, aber Siegeszen, Stück Level 10. Dann werden wir den jetzt erstmal ernten schicken und dann fange ich an mit den Queste. Und wenn ich in Level 10er Gebiet bin, dann, oh, da. Hm, ist doch noch ewig, bis ich da voll, richtig voll bin dann. 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 Fertig. 6 Objekte, dann gehen wir ins System rein, jetzt in der Galaxie. Okay, da ist mein Heimatort und wir wollen farmen. Und wir gehen jetzt auf die Queste oder Missionen. 11, 9, 10, 11, 12, 8, 7, 7, ich bin schon mal gut. Wo nichts steht, ist auch gut. Und fangen wir von unten an, da steht nichts. Ok, ich glaube, ich kann das doch gar nicht bauen. Den soll ich bauen. Ich habe erst 35 Puzzleteilen oder Bauteilmaterialien. Ich muss erst noch freischalten. Baupläne. Ok, das wird verschoben. Dann kommt der Jetscher. Besiege den feindlichen Käpt'n. Ok, das müsste ich ja eigentlich schaffen. Oder auch nicht. Obwohl meiner Stärke? Doch, das müsste ich vielleicht schaffen. Gehe ich mal einen Schluck Wasser. Ja. Was war knapp gewesen, aber geschafft. Super. Jetzt geht es zunächst. Oh, ich habe gar nicht so viel verloren. Dann gehen wir jetzt zur nächsten Mission. Bis siege einen Feind auf Level 11 oder höher. Ja. Gut. Verbessere den OBS auf Level 11. Die OBS auf Level 11. Ich bin auf Level 10. Geht bei mir jetzt gerade nicht, aber vielleicht komme ich da irgendwann mal hin. Dann kommt jetzt die Level 7 Aufgabe. Teste den Warp-Antrieb. Da soll ich hinfahren. Fliegen, fahren. Wie auch immer. Ich bin auf dem Weg. Es dauert eine Minute 53 Sekunden. Dann schauen wir uns mal die Kiste so lange an. Abholen. Fertig. Was mache ich jetzt? Kann ich schon reingehen? Ich kann doch nicht in das System rein. Ich war noch nie da. Okay. Loja. Ah, hier war ich schon mal. Ja. Und da kann ich rein gehen. Da war ich schon mal. Die letzten Sekunden laufen. Eine Quest habe ich in diesem System. Könnte natürlich passieren, dass ich gleich noch mehr kriege, wenn ich da bin. ein System anschauen und weg zoomen. Da ist die Quest. Und da kriege ich noch mehr Quests. Level 1, Level 2. Rechtzeitig. Hm. Die Quest habe ich doch eine Ewigkeit. Zeit. Okay. Also ich soll meine Basis hier hin verlegen. Jeder hier, war ich schon mal. Ich kann das mit mir. Ich muss mehr zeitgewerden. Ich muss mehr Zeitgewerden. Ich versuche zu etwas zu dem Film zu. Ich kann jetzt einfach Blenden auszuchen. Ich versuche mich noch mal auszuchen. Ich habe es in der Zeitgewerden. Ich habe das Ganze bei mir. Ich habe es leider geschenkt. Ich habe das Ganze zu mir eingestellt. Dich kann ja meinetod. Ich habe das Ganze auf mich angeht zu sein. Fliegen wir mal zu dem Planeten, schauen wir mal, ob der unsere Quest gibt. Mission. Ne, keine Quest für mich. Also muss ich die erstmal frei spielen. Sechs Zudammen, das ist ja witzig an der Planet. Okay, dann zur nächsten Quest. Die 7er Quest haben wir fertig, jetzt haben wir hier eine 8er und da eine 8er. So, los da. Und das war jetzt ein Fliegen. Wie lange dauert das? Auch wieder 2 Minuten. Und immer noch nicht da. Was ist das? Zweiter Baum. Vorhaben. Okay. Alles auch cool. Das ist doch auch schön. Das war jetzt ein Gefühl. Vielen Dank. Und da sind wir. Angucken. Weg ist im Tisch und okay. Was haben wir hier? Titanium. Na, wieviel? 14.000. Warum bin ich? Ich muss da hin. Los! Da ist Blutsauger. Was ist das? Achso. Ein anderer Spieler. Fertig. Ich will gerade schon zur nächsten Quest gehen, aber erstmal gucken wir nochmal hier alles an. Vielleicht habe ich ja noch eine Quest hier übersehen. Okay. Es scheint nicht so, dass hier noch eine andere Quest existiert. Nein. Die Planeten sind unbewohnbar bewohnbar. Gut, dann gehen wir jetzt zur nächsten Quest. 10. 11. 8. 12. 11. 12. 11. 10. 8. 11. 12. 10. 14. 12. 11. 12. 12. 14. 15. 15. 14. 16. Hier gibt es so viele Planeten, die man sich anschauen kann. Hier könnte ich reingehen. Da habe ich auch eine Quest drin. Uh, ein, zwei. Und da ist noch so ein Hayopai. Hm, den könnte ich auch besiegen. Oh, ist er schon da? Los, komm, schneller. System anschauen. Anzeigen. Da oben. Oh, hier gibt es viele Queste. Oh, shit. Los. Hammerstahl. Abholen. Zehn Minuten. Kiste. Erstmal die klein akzeptieren. Oh, hier war. Das ist ein paar. Hier sind Level 10er, ok. Meine Quest war, wievieler wird 10er sollte ich besiegen? Besiege 6, nein, das war das nicht. Ja ok, die kann ich dann gleich mitmachen. Tägliche Quest. 10 Pfeile mit dem Schiff, ob Level 10 oder höher. 1 2 2 3 5 5 5 5 5 6 7 7 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 8 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 19 Okay, ich muss. Oh, eine Quest fertig. Ich muss erst mal mich reparieren lassen, das heißt nach Hause fliegen, Rückflug, gleich verschwinde ich durch ein Loch, da, weg bin ich. Okay, das kann jetzt alles ein bisschen dauern, ich muss jetzt zurückfliegen, reparieren lassen, aber ich meine, reparieren lassen geht schnell. Aber trotzdem einmal zurückfliegen, wieder hier hinfliegen. Und ein Level 11er bräuchte ich auch noch. Die habe ich neu. Ungewöhnlich. Die ist gewöhnlich, die sind auch alle, ne, die sind ungewöhnlich. Gewöhnlich. Gewöhnlich. Ah, was ist denn Weiß? Auch gewöhnlich und der ist ja ein bisschen dunkler, der Rand hier. Auch gewöhnlich, okay. Gewöhnlich. 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 Also ich habe drei ungewöhnliche Offiziere. Der ist eingesetzt. Sie ist nicht eingesetzt. Okay. Spock. Spock. Das ist gut ganz schön. Spock. 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 Oh, okay, hier. Hier? Auf geht es weiter. ja gut ich denke mal das wird dann noch nichts mehr das dauert 7 minuten 50 sekunden öffnen wir die truhen noch einsammeln habe ich sonst noch was ich denke nicht jetzt bin ich in der basis dann würde ich mal sagen das war's für heute werde ich hier rausgehen und dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder bei seid bis dann mit euch viel spaß und auf wiedersehen